Hallo und herzlich willkommen zum 14. Türchen hier beim Brettspiel Adventskalender 2018 auf dem YouTube-Kanal von I Like Games. Und wo haben wir das Ganze denn? Wir haben ja schon ordentlich was abgesahnt. Da haben wir Türchen. Jetzt muss ich echt ein bisschen aufpressen, weil ich bin ja nicht ganz so feinfühlig. Und irgendwie, am liebsten muss ich das alles hier einmal runterreißen, aber das sieht ja auch nicht so schön aus. 14 haben wir hier. Mal schauen. Es ist schon länger wieder kein Spiel dabei gewesen, was wir so in unserer Sammlung haben. Aber da kommen noch welche. Ich sehe schon Cosmos. Mercado. Da hatte ich mir überlegt, mir das zu holen. Mini-Erweiterung. Der Beutelschneider von Rüdiger Dorn ist das Spiel. Das hier ist, soweit ich das gerade gesehen habe, die deutsche Seite. Einfach mal pausieren oder mal bei BoardGameGeek schauen. Findet ihr bestimmt jetzt was dazu. Oder einfach mal gucken. Es gibt bestimmt noch ganz viele andere YouTube-Kanäle, die das alles auspacken. Und ja, hier haben wir den Beutelschneider. Ich habe mir dazu mal, was habe ich mir dazu angeguckt? Mal ein Let's Play oder so. Und war mal kurz davor, wenn wir das zu Rundespiel, aber habe es dann doch nicht getan. Aber sollte ich das irgendwann mal tun, habe ich direkt eine kleine Mini-Erweiterung am Start. Sehr gut. So, dann wieder rein in die Tüte, zugemacht und ab damit in die Promobox. So, das war dann schon der 14. Tag und morgen sehen wir uns dann zum nächsten Türchen wieder. Ciao.